Hallo, heute geht es um den silberfärbigen Reucherschwenker mit dem Namen Jakobsweg und ich möchte euch einfach die besondere Funktion und die Vorteile von diesem Schwenker schnell aufzeigen. Ihr seht hier oben ist so ein Hagerl, an dem ich anziehen kann und dann kann ich diesen Deckel einfach mit Hilfe dieser Kette hochheben oder wieder absenken. Der Vorteil von diesem Schwenker ist darüber hinaus auch, dass er eine sehr große Öffnung hat, wo man wirklich sehr komfortabel was hineinlegen kann und innen drinnen, seht ihr das, da ist noch eine extra Schale und diese silberne Schale kann man auch herausnehmen und für die Reinigung dann sehr toll verwenden. Braucht man nicht den ganzen Mörser dann umher tragen, sondern es genügt nur dann diese Schale für die Reinigung und eben in Hilfe dieser Kette kann man hier auf und ab fahren. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen in eurer Entscheidungsfindung. Viel Spaß damit! Tschüss!